Was glaubt ihr, sind das für Flecken? Ich möchte das gar nicht wissen, warum ich gerade sitze. Was findest du denn jetzt am schlimmsten? Das möchtest du gerade nicht wissen, weil das wäre zu intim. Einen Reiniger haben sie schon besorgt. Doch der macht die Arbeit nicht von allein. Und damit beginnt das eigentliche Problem von Vanessa. Ich finde es gerade sehr eklig. Andere machen das jeden Tag? Ich weiß das. Aber für mich wäre es kein Beruf, jetzt mit sowas. Anders Vanessas Mutter. Vor ihrem Bänderriss hat die 64-Jährige noch an 5 Tagen die Woche Büroräume geputzt, um ihre Rente aufzubessern. Ich habe 10,56 Euro verdient. Würdest du sagen, Arbeit lohnt sich? Ja, Arbeit lohnt sich. Ich bin da ganz ehrlich, für mich lohnt es sich nicht. Und warum lohnt es sich nicht? Weil ich auch gar keinen Bock mehr habe, arbeiten zu gehen.